Hallo und herzlich willkommen bei Katzen Goat. Ich bin der Name Zinim Simcek und es geht heute darum, dass den Katzen alle sehr, sehr heiß ist. Und wenn es sehr heiß ist, dann sind auch gleich die Katzen alle müde. Die liegen alle hier entweder auf dem Boden oder vor der Klimaanlage oder auf dem Tisch oder vorm Haus oder auf der Treppe, weil den Katzen ist bei dieser Hitze gerade sehr heiß. Wir haben gerade eine außergewöhnliche Hitze hier bei uns am Mittelmeer in der türkischen Rivera in der Türkei. Wir hatten heute 43 Grad, wir haben morgen 39 Grad, übermorgen 39 Grad, am Dienstag haben wir dann 36 Grad und dann ab Mittwoch haben wir dann 38 Grad, 39 Grad und das kommt halt wie gesagt jetzt die nächsten Tage, dann wird es auch noch, noch viel wärmer. Und das ist für die ganzen Katzen natürlich auch ein großes Problem, weil die mögen keine Hitze. Die sind überfordert mit der Hitze. Viele Katzen, die ich habe, die haben noch keinen Hochsommer miterlebt gehabt. Zum Beispiel wie die Nicole oder wie die Lilly, die kennen sowas gar nicht und die strengen sich gerade auch sehr, sehr an mit der Hitzezeit. Und das werde ich auch gleich alles zeigen, wie die hier rumliegen und nicht wissen, was die machen sollen. Die freuen sich einfach nur, dass die Klimaanlage läuft und dass sie dort liegen können. Und ich habe auch heute mein Geschäft auch erst um 17 Uhr aufgemacht, denn in dieser Hitzezeit bei 43 Grad waren sogar die Nachrichten, waren die Menschen davor, dass sie nicht rausgehen sollen, dass sie nicht einen Sonnenstich bekommen, dass sie sich nicht irgendwie was antun in der Sonne. Denn man kann da wirklich selbst einen Sonnenstich bekommen in so einer Hitze und dass man halt von der Hitze, vor allem in der Mittagszeit, da fern bleibt. Und da habe ich auch natürlich deswegen auch den Laden ein bisschen später aufgemacht und morgen auch und übermorgen bis wahrscheinlich auch. Denn bei dieser Hitze geht sicherlich keiner in der Stadt spazieren oder einkaufen, denn es ist halt viel zu heiß. Da liegt man, wenn dann am Pool oder am Strand oder sogar auch auf dem Zimmer, weil es einem zu heiß ist. Und wie gesagt, wenn uns Menschen schon so heiß ist und wir können uns auch die Klamotten ausziehen, sagen wir mal so. Und die können, aber die können ja nicht ihr Fell abziehen und ausziehen und daher ist es dann halt sehr, sehr heiß und das mögen die auch alle gar nicht. Da ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man immer frisches Wasser für die Katzen da hat, dass man immer frisches Wasser da stehen hat und auch natürlich Futter sowieso immer. Das ist immer ganz wichtig, dass Futter da ist und auch natürlich bei dieser Hitze auch immer frisches Wasser. Und wir schauen uns gleich mal an, wie die da alle drin liegen. Und ich hatte die Kitten heute auch nicht mit in den Laden, denn ich habe den Laden kurz aufgemacht gehabt und dann bin ich nochmal weggefallen. Ich hatte was zu tun und dann sind die Kitten heute zu Hause geblieben, denn für zwei Stunden wollte ich jetzt nicht in den Laden bringen, denn es ist gerade immer noch sehr, sehr heiß. Es geht ein heißer Wind und dann sollen sie lieber unten im Zimmer, wo auch der Ventilator für sie dann läuft, dass sie auch ein bisschen Luft da haben. Und den Leon habe ich seit heute, morgen in der Früh schon raus aus seinem Zimmer, wo der normalerweise ist. Und der hat sich hier sehr gut eingelebt und der ist auch hier draußen und hat sich auch mit den anderen eigentlich gut angefreundet. Der geht auch zum Essen und alles. Aber der ist halt auch von der Hitze sehr überfordert. Und das Kitten von Pepe, was sie noch hat, der kleine Schwarze, der weiß auch nicht mehr genau, wo der liegen soll vor der Hitze. Genau wie Pepe auch, denn die trauen sich ja nicht so richtig ins Haus reinzukommen und sich hier ganz chillig hinzulegen auf die Fliesen oder so, wo sie jetzt ein bisschen kühler haben. Also ich erlebe das hier gerade richtig, wie die Katzen eigentlich durch die Hitze hier leiden. Und was ich dann für die machen kann, ist für sie halt die Klimaanlage anmachen und dass es dann halt ein bisschen kühler für die ist. Und wenn man da auch Nassfutter hinstellt, Nassfutter ist in einer kurzen Zeit sehr schnell ausgetrocknet und geht sehr schnell kaputt. Daher muss man halt so viel legen, dass sie das auch aufessen in so einer Hitze. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn man zu sehr, zu viel legt, dann geht das halt sehr schnell kaputt. Der Nervensäge geht es auch gut. Die ist beim Tierarzt, sie wurde repariert und die wird jetzt die nächsten Tage jetzt mal da bleiben. Ich habe heute wirklich vergessen, ein kurzes Video zu machen von der Nervensäge. Ich wollte euch gerne teilen, wie es der Nervensäge da beim Tierarzt geht. Und dem Kitten von Pepe geht es auch eigentlich wie immer, denn Pfotebehandlung geht auch weiter. Die Lilly hat immer noch ein bisschen Schnupfen und ansonsten sind die anderen Katzen alle wieder, geht es ganz gut. Auch dem Stiefkitten von Pepe, der muss auch keine Augen tropfen und keine Kimme mehr bekommen. Seine Augen, seine Infektion sind auch schon wieder gesund und das schauen wir uns dann alles jetzt gleich an. Dann legen wir mal los und wir gehen einmal hier rein und schaut mal da, wie gesagt, wie die da schon liegen. Alle bei der Klimaanlage. Seht ihr das? Also die sind, die freuen sich, dass die Klimaanlage da richtig läuft. Und ich weiß nicht, was Nicole hier in dieser Hitze macht und hier gerade mit der Maus spielt. Nicole scheint es nicht so heiß zu sein. Schauen wir mal, der Drache. Ja, was ist Drache? Der Drache liegt hier. Und der hat auch ein bisschen Wind hier. Es ist zwar ein warmer Wind, aber der scheint sich da gut zu fühlen. Und schaut mal, die Katzen liegen alle hier wegen der Bären. Und Leon ist auch hier beim Traumfutter. Die Bunte liegt auch hier. Und der Peanut auch. Also die genießen richtig die Klimaluft, die hier gerade für sie läuft. Die sind da richtig entspannt. Der Pepper hat auch so den Mund auf, weil ihm sehr warm war. Und jetzt sieht man, wie entspannt der Pepper da liegt. Und Mini sowieso. Die sind gerade sehr, sehr entspannt. Ich habe die Klimaanlage auch auf die stärkste auf die stärkste Ventilator-Einstellung gemacht, dass viel Luft rauskommt, dass der Raum allgemein kühl wird. Aber schaut mal, wie wohl sie sich fühlen. Jetzt kommt Magira hier runter. Und hier kommt die Klimaluft direkt hin. Also wenn ich jetzt hier stehe, ich bekomme sie gerade richtig ab. Und das ist ja so eingestellt, dass es gleich runterkommt, dass sie auch sich entspannen können. Hier die Katzen. Vor allem Mini ist richtig entspannt. Die freut sich sehr über die Klimaanlage. Ja Mini, alles gut, ne? Und du, Rabauke, was ist mit dir? Ja, schau nicht so süß. Ja. Du kleiner Rabauke, warst du erst den ganzen Tag zu Hause. Du bist heute gar nicht in den Laden gekommen. Dich habe ich heute zu Hause gelassen. Ja Leon, du kannst echt an mir nicht zu Hause bleiben. Du bist sowieso viel zu anstrengend im Laden. Auf dich müssen wir mit acht Mann aufpassen jeden Tag. Und du Bounty? Sieh, im Haus drin haben wir gerade ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf Katzen. Und sechs Kitten unten. Das macht dann 18 Katzen. 18 Katzen haben wir hier gerade. Im Haus. Ich vermisse aber auch wirklich die Nervensäge, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn man hier reingegangen ist, hat die Nervensäge immer gewartet. Na was ist, Bella? Du hast doch Futter bekommen. Du bekommst gleich nochmal, okay? Weil ich habe jetzt hier gerade kein Beutelfutter da. Aber schau, komm was zu mir aus. Schau, schau die anderen auch. Und die kommen auch. Der Pepper zumindest. Ist gleich dazu gekommen, aber Pepper kommt, weil er denkt, es gibt Schleckerli. Der Pepper Weil wir hier eine Schleckerli haben. Aber der Peanut hat Trockenfutter gegessen. Die warten da richtig. Zuerst hat ja der Peanut, zuerst hat ja der Leon gegessen. Und danach ist der Peanut zum Futter gegangen. Was ist Pepper? Was ist Pepper? Alles gut Pepper. Was ist Ganz ganz herzlichen Dank an die 500 Sterne von Greg Baumann für die Unterstützung der Seite Cats and Gold und der Straßentiere. Also die Nervensäge fehlt mir auch wirklich sehr. Das ist halt bei Katzen, die man schon lange da hat. Es war genau wie Aschkem. Egal was da ist. Man denkt immer die Alten, die hier waren, die fülle man halt immer ein ganz anderes Auge. Und schon mal hier wie Bella ihr Mund auf hat vor der Hitze. Die hat richtig gehechelt gerade. Vor der Hitze. Hier scheint er besonders heiß zu sein. Ja, alles gut. Alles gut. Schon mal die hechelt richtig. So heiß ist sie hier. Ja, alles gut. Soll ich dich frisieren lassen? Du hast langes Fell. Soll ich dich zum Tierarzt fahren? Sollen sie dir das Fell? Nein? Nein oder ja? Ja was? Nein oder ja? Willst du rasiert werden? Ist dir so heiß? Du hechelst richtig mit deinem langen Fell. Ist dir so heiß? Herzlichen Dank an Sabine Heinke für die 250 Sterne und auch an Silvia auch an Gloria Schulze herzlichen Dank für die 100 Sterne für die Unterstützung der Seite Kerzenbrot und der Straßentiere. Und jetzt ist gerade das Licht ausgegangen von der Kamera. Das heißt das Handy kann sich auch überhitzen. Ich fasse mal das Handy an. Es ist sehr warm geworden. Das ist auch einer der Gründe warum ich zur Zeit bei der anderen Seite bei Antalya jede Lifetime seit 2-3 Tagen kein Video hinbekomme. Denn dieser Hitze geht das Handy geht das Handy immer wieder aus. Von daher kann ich halt keine Videos machen auf meiner anderen Seite gerade auf Antalya Sile Livestream bei der Seite wo die Videos um Silo und Umgebung kommen. Aber da gibt es jeden Tag Fotos und Kurzvideos aber ich versuche halt vielleicht mal zum Abend oder so wenn es dann nicht mehr so warm ist ein Video zu bekommen. und schau mal wo du Wasser raus trinkst. Ich habe dort ein Glas rein getan wo dort das ist ein bisschen feucht ist das Glas und du trinkst das Wasser da raus. Sag mal ihr seid so interessante Tiere als wenn es kein Wasser geben würde trinkst du da das Wasser aus dem Glas. Bella ich hole euch gleich nochmal Futter ok ihr bekommt heute noch Futter ok willst du Futter oder willst du was anderes du hast schon so viel gegessen du hast so viel Futter gehabt vorhin ihr habt alle Futter bekommen schau mal wie entspannt Nicole hier jetzt liegt du hast so viel gespielt eben auf dem Balkon und schau wie du jetzt da liegst ja und Leon ja alles gut ja Drache jetzt bist du doch reingekommen jetzt bist du doch reingekommen und die Zarte ist auch da schau die liegen sich alle zur Klimaanlage was redest du was willst du du bist auch richtig am hecheln hier die sind alle am hecheln stellt euch mal die Hitze noch um die Uhrzeit vor schau mal wie die hechelt sieht ihr das ist ja richtig am hecheln die sind so überfordert mit der Hitze die sind so müde die sind so kaputt die hat ein bisschen mit der Maus gespielt und schaut wie K.O. sie jetzt hier liegt schau mal wie die hechelt so heiß ist denen ja alles gut also mir ist auch gerade warm nun mal nebenbei also nicht nur den Tieren ist warm sogar mir ist heiß ja alles gut ja alles gut alles gut alles gut alles gut komm stelle ich hier vor die Klimaanlage hier ist dann alles gut ne schon mal wie der Drache der ist auch am hecheln ihm ist auch heiß der Drache ja alles gut Drache die ist heiß ne Kleiner ja und daher liegen die jetzt auch alle so platt auf dem Boden also das ganze was ich machen kann ist wie gesagt ich kann ihnen hier die Klimaanlage anmachen und die ist auch an für die Tiere und da geht auch schon kalte Luft raus das ist somit ich denen helfen kann ne Leon ja alles gut Leon schau mal hier Bagira ist schon sehr entspannt auf dem Boden und schaut mal hier wie müde und platt die Katzen alle sind wegen der Hitze zwölf Katzen sind hier gerade wie gesagt im Haus drin und so geht es in armen Tieren gerade das tut mir so leid die sollen halt nicht rausgehen die Klimaanlage läuft für sie und Pepe wohnt mit ihrem Kitten wieder hier vor der Haustür schaut mal sie liegt hier und ihr Kitten liegt hier zwischen den Nepfen der ist auch ganz platt wegen der Hitze geht euch den mal an der ist auch ganz platt ganz fertig mit der Welt das Kitten von Pepe und Pepe natürlich auch die ist auch ganz platt Frosch ist auch hier der Freund ist auch hier auf dem Wachturm da hat er ein bisschen Luft und hier geht jetzt ein bisschen Luft aber die Luft die hier geht ist wirklich sehr warm es ist keine Abkühlung für die Katzen jetzt sind sie zwar mit rausgekommen weil ich hier draußen bin weil ich rausgekommen jetzt ist Biscuit auch gekommen Biscuit ist auch da und Leon ist der von Peppa da hinten kommt noch eine Katze das müsste Gretel sein jetzt kommt und auch die Gretel das ist die Gretel die dazu gekommen sind ja Gretel Frosch liegt auch mitten auf der Straße jetzt jetzt kommt Bela auch raus Bela du bekommst gleich noch Nachschub Futter ok du bekommst gleich noch was vorhin kam kein Wind gar nichts jetzt geht hier wenigstens einigermaßen ein Wind und das scheint den Katzen zu gefallen jetzt liegen die hier ein paar mitten auf der Straße ist mal so wie Nicole hier an der Ecke nach dieser Mauer geht hier der beste Wind und erstgeborener du bist ja hier hier muss auch heiß sein mit deinem langen feld erstgeborener du bist auch müde ja du mir aus hat gar nicht erstgeborener normalerweise bist du eine die richtig mit mit mir spricht aber du bist auch sehr erschöpft wegen der Hitze erstgeborener ja alles gut ja überanstrengend nicht ja alles gut kleines sieht euch das mal an ja alles gut erstgeborener die Siedlung ist immer noch ganz ganz voll ich hab gar keinen Platz zum parken ist das ein knochen kretel was du da geknabbert hast da sind gleich alle neugierig geworden das 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 ist das ist das ist also erst wenn du hier schon so liegst und richtig erschöpft aus siehst wegen der hitze richtig platt bist dann können sich sicherlich viele vorstellen wie warm es hier ist und was das für eine quali für euch ist wenn du schon hier so liegst erstgewoner und jetzt auf dem rücken und die füße hoch machst also die pfoten da können sich sicherlich viele ein bild machen wie warm es ist und das jetzt noch nach 24 uhr ich kann mir mal vorstellen wie warm es am tag ist und ich bekomme da kein video hin auf der anderen seite bei an teil der stelle livestream zur zeit wegen der hitze na lady da wenn ich ehrlich sein sollte ich habe ich wirklich schon vermisst lady da ich dachte wo bist du jetzt kommst du jetzt habe ich dich gesehen ja alles gut geht die drei alles gut ich mache mir immer so besorgen wenn ich dich nicht sehe jetzt ist lady da ja auch gekommen so und dann gehen wir mal runter aber die katzen unten sind nicht platt die baby katzen haben und die klimaanlage an natürlich mit dem niedrigsten fangen nicht dass sie kalt werden und sieht euch mal an wie es dem hier geht der ist ja richtig platt wegen der hitze schaut mal wie der hier liegt der hat keine lust ist fertig mit der welt das kleine kitten ich würde noch so gerne zu den anderen tun dass der bisschen zähler wird dann kommt mal rein rein ins haus dann draußen ist es sehr sehr heiß hier drin ist jetzt einigermaßen kühl ja lady da geht gleich zum futter man habt ihr gesehen wie es den katz die hier geht und lady da ist gleich beim trockenfutter das trockenfutter mögen wir alle sehr kommen grete komm rein kleines komm rein hier ist schön kühl du magst auch die wenn es kühl ist hier zur klimaanlage ok geh auch zur klimaanlage schau mal wie die schaut und wie schnell die atmet die hat die ist wirklich sehr heiß obwohl die hier bei der klimaanlage liegt dass sie glichern sich am fell so dann legt euch mal alle hier wieder hin ne wir gehen nämlich jetzt runter zu den kitten ja bella du schaust mich vorne hinten so an ich komme dir gleich noch mal futter geben ok wir schauen uns erstmal die kitten an ein also du 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 Alle sind gleich da. Alle sind gleich da. Seht euch das mal an. Ihr hattet heute Hitzefrei. Ihr müsstet heute nicht zur Arbeit kommen. Ihr müsstet heute nicht zum Laden. So, Philis, alles gut. Alles gut. Und du kleiner Rabauke. Ich hab dich schon entdeckt. Ich hab dich schon gesehen. Du kannst mir nicht entwischen, du kleines, süßes Stiefkitten. Egal, wie sehr du dich versteckst dort hinten. Na. Siehst du? Wir haben dich entdeckt. Denk nicht, wir haben dich nicht gesehen. Du kleiner, süßer Schatz. Ach, da hast du das Stiefkitten. Na? Fauchen tust du auch nicht mehr, ne? Du kleiner, süßer. So, als dieses Tier. Ja. Stiefkitten. Fauchen tust du auch nicht gleich. Ich wollte dich nur streicheln. Das ist der Stiefkitten. Und Pepe's Kitten, die Pfote ist zwar viel besser geworden. Schaut mal. Die ist nicht mehr so dick. Aber humpeln tut die immer noch. Ich geh mal zur Seite, Heidi Witz-Sankrat. Die Pfote von, den Kitten von Pepe. Das Stiefkitten schon, wenn man das massiert, ne? Sieht auch nicht mehr so schlimm aus wie vorher, aber sie rumpelt immer noch drauf. Ich geh doch mal zur Seite, Filiz-Sankrat, Heidi. Du hast auch einen dicken Bauch. Du hast gut gegessen. Und wir hoffen auch natürlich, dass du so schnell wie möglich wieder gesund wirst. Sie ist tief und entspannt. Das erkennt ihr dir ja auch nicht. Das heißt, sie ist nicht mehr so scheu. Sie genießt alles. Sie haben ja Zahn bekommen. Das gefällt dir, kleine Francesche, ne? Du kleine süße Maus. Das gefällt dir, ne? Und schaut mal, wie entspannt die da liegt. Das ist kein Vergleich zu Pepe oder dem anderen Kitten. Und die soll es auch genießen. Prinzessin, geht zur Seite. Wir spielen später. Prinzessin, du gehst jetzt bitte runter. Wir spielen später. Ich will jetzt erstmal, dass das Publikum sieht. Wie fühlt sich hier, wie wohl sich hier das Kitten von Pepe fühlt? Na, ach, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, wie süß. Also, dir haben wir das Leben gerettet. Du konntest nicht mehr auf dem Bein stehen. Wir versuchen dir, gerade die Pfote zu retten. Also, du kannst echt froh sein, dass ich dich gefunden habe im Garten. An dem Tag, wo es dir nicht gut ging. Und du Stiefkitten. Und du Miramare Kitten. Sehe ich mal das Miramare Kitten an. Das ist so ein hyperaktives Tier. Und hier Filis. Und das Stiefkitten wird auch neugierig. Das haut sich jetzt auch mittlerweile raus. Auch wenn ich hier bin. Und die kleine Schwarze schaut mich die ganze Zeit an. Die schaut mich nur an. Sie will bestimmt, dass ich sie kraule. Na, okay. Okay. Ich kraule dich schon. Ich kraule dich schon. Hier. Ich kraule dich schon. Und die anderen sind richtig am Turm hier. Seht euch mal Filis an. Seht euch mal hier Prinzessin und Heidi an. Na. Das sieht hier aus. Und der ist ja richtig am Turm. Hier. Seht euch mal den Miramare Kitten an. Zack, 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 zack. Der ist ja irgendwie ausgerutscht vom Rennen. Zack, zack, zack. Ich trage euch den mal an. Mit seiner Größe. Der kleine Gartenzwerg. Zack, zack, zack. Und die haben sich alle gut angefreundet. Da weiß man nicht, auf wen man die Kamera halten soll, weil die alle gerade beschäftigt sind. Schaut mal. Zack. Na, wenn ihr wehe, lasst mich heute wieder nicht schlafen. Das klingt jetzt an die ganze Nacht. Bam, 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 bam. Und du bist bald sicherlich so fit, dass du mitspielen kannst, ne? Du bist bald sicherlich so gesund, dass du sicherlich mitspielen kannst, ne? Feines Mädchen. Die schaut so unschuldig. Die schaut so lieb. Das Kippen von Pepe. Sehe ich mal, hier den Kindergarten an. Der an der Latsche. Die andere da unten. Die andere hier. Und Heidi hier. Ich habe dir heute zwei Mäuse gegeben. Mit den zwei Mäusen spielen sie halt gerade. Zack. Und wenn ich nicht im Zimmer sein sollte, dann spielt sicherlich der hier mit. Na, fauchst du nicht mehr, wenn man direkt auf dich zukommt, hä? Immer so bekommen wir dich wenigstens zahm. Prinzessin will den hauen. Habt ihr das gesehen? Na, jetzt fängt er an zu spielen. Seht ihr? Jetzt habe ich ihn gekraut, jetzt traut er sich. Jetzt traut er sich. Zack. Das Kippen von Miramar Hotel spielt mit allen. Schau, jetzt spielen sie dort zusammen. Seht ihr das? So, jetzt spielen die. Super. Jetzt traut er sich doch. Jetzt traut er sich ein bisschen zu bewegen. Na, super. Ganz, ganz herzlichen Dank an die 50 Sterne von Stefanie Holzschuh. So, viel unterstützt mit der Seite. Kehr zu dem Boot und der Straßentiere. Und schau mal, jetzt traut sich der Stiefkitten. Jetzt traut er sich. Jetzt hab ich ihn gestreichelt. Und dann spielen die anderen. Das heißt, wenn ich nicht hier bin, spielt er auch mit denen. Jetzt hat er ein bisschen Mut bekommen. Und schau mal, wie süß das alles ist. Und dann gerade das Miramare Ketten. Und das Stiefkitten miteinander spielen. Und da spielen die anderen. Und wenn ihr mal das sieht, wenn man dann schlafen würde, dann spielen die dann miteinander. Ja, viel Spaß beim Schlafen. Und dann sieht man auch, dass es den allen besser geht. Wie gesagt, das Ketten von Pepe muss noch weiter behandelt werden. Die Pfote ist immer noch nicht 100% gesund. So, und Heidi geht jetzt erstmal Wasser trinken. Und das Stiefkitten ist jetzt auch am spielen. Ich hab ihn ein bisschen gestreichelt. Und schon traut er sich wieder was. Die Heidi mag ja, wenn ich das gesehen habe, der hat Heidi angefaucht. Und hat sich vor Heidi versteckt. Hat Heidi dich gehauen oder was, wenn ich nicht hier bin? Stiefkitten. Hat Heidi dich etwa gehauen? Oder warum magst du Heidi nicht? Und du magst nicht spielen, ne? Du magst nicht mitspielen. Du magst dich lieber erholen, ne? Du darfst ruhig neben mir schlafen, kein Problem, okay? Schlaf du ruhig neben mir. Damit du schnell gesund wirst, okay? Schlaf du mal weiter. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Der Stiefkitten läuft nicht weg, wenn ich mich bewege. Und das geht jetzt auch mehrere Stunden so weiter mit dem Spielen. Jetzt hat der Heidi von hinten attackiert. Und jetzt läuft er wieder weg. Habt ihr das gesehen? Der hat Heidi ihren Schwanz attackiert. Und so wieder weggelaufen. Vielen Dank. Das Kitten von Miramare hat jetzt die Maus bei sich und hat sich jetzt in versteckt. Hier steht Kitten. Ich schmeiße dir die Maus zu, okay? Hier. Heidi hat Ihnen das gleich weggekommen. Habt ihr das gesehen? Heidi hat Ihnen das gleich weggenommen. Und das Miramarek Kitten ist jetzt wieder da und sucht die Maus. Und das Spiel kann mit der Prinzessin. Was meckerst du Stiefkitten? Was hast du gemeckert? Na, jetzt attackiert er den Schwanz von der Prinzessin. Was Miramarek Kitten geht sich jetzt mal wieder stärken. Ein bisschen essen. Die braucht bald noch ein Klo, so groß seid ihr mittlerweile. Stiefkitten, die ist gerade auf Klo. Lass die. Ja, nicht V von Lasti, die ist gerade auf Klo. Das Stiefkitten wollte ja nicht zulassen, dass ihr auf Klo geht oder will mit ihr spielen. das wasser muss ich gleich noch mal ein bisschen nachfüllen ich habe schon einen größeren napf futter eingestellt bei den ganzen katzen das stief kitten will gerne spielen aber er spielt halt gerne mit dem miramare kitten oder mit seiner stiefschwester hier aber die hat gerade keine lust aber die ist auch ein richtiger fuchs sobald es feuchtfutter gibt kommen die gleich angerannt egal wo sie sich versteckt sobald sie ein tütchen von feuchtfutter hört die bekommen auch in der front am arm von mir feuchtfutter und dann kommen sie gleich sofort angerannt schau mal der stief kitten ist hier gerade genau bei meinem fuß gewesen und das ist sein freund wieder bei ihm sieht ihr das jetzt ist er beim wasser und auf der anderen seite hier geht es weiter und die können so gut schauen spielen weil die klimaanlage läuft im raum sind es hier sage 24 grad 23 grad sind es hier im raum das ist für sie sehr angenehm und wenn ich hier bin läuft hier der ventilator für sie schaut mal der ventilator läuft auch immer und daher tut ihnen die hitze nichts und daher spielen die auch so schön dem geht es also besser als den katzen da oben normalerweise würden die anderen katzen auch mit hier runter kommen aber das geht ja gerade nicht wegen diesen kitten normalerweise ist meine schlafzümmertür immer auf und die können auch dann hier rein kommen aber wegen der kitten geht es gerade leider nicht die müssen dann oben bleiben und das spielen geht jetzt noch ein bisschen weiter und somit habt ihr heute gesehen dass es oben den katzen wegen der hitze gar nicht gut geht die fühlen sich gar nicht wohl die sind alle am hecheln die wollen alle gerne natürlich wieder dass es kühler wird aber das dreht die nicht sie zehn tage nicht danach aus und jetzt haben wir gerade stromausfall bekommen ich höre es mal an strom ist gerade weg na ja auf jeden fall habt ihr gesehen dass es den katzen einigermaßen gut geht auch wenn es so heiß ist die fühlen sich halt nur nicht wohl ich hoffe das video hat euch gefallen ich danke euch alle fürs zuschauen fürs liken fürs teilen fürs kommentieren und für die sterne ich möchte mich dann für heute verabschieden und ich sage bis zum nächsten mal auf wiedersehen und tschüss wir müssen noch nicht verabschieden und wir müssen noch einigermaßen gut